ARD Text im Auftrag von Funk Grüße von Sandra, soll ich dir ausrichten? Entschuldigung, Grüße zurück. Ich weiß nicht, ich soll... ... die Schnabel rufen. Was? Will noch was? Hink dran. Einer dead, Anker drauf. Ja, die haben auf jeden Fall Loot hier. Machst du es auch, ey? Ja, ich hatte den Letzstart getroffen von mir. Wohin, ne? Aber da liegt noch Loot, glaube ich, ne? Oder rechts von dem Schiff hier. Weich, glaube ich. Das ist der Weiche, oder? Mh, nö. Ja, rechts von Funk, hast du gesagt? Mh, nö. Krass, da... ... 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 Mein Gott. Die Fahrt über uns drüber. Wirklich? Wir stehen einfach drauf. Was ist das denn? Was ist das denn? Mein Gott. Der blieb vorne wieder. Die können gar nichts. Ich bin drauf. Einer hoch. Sind geankert. Was? Links komplett. Der letzte ist all down. Nicht drauf. Mach wieder hoch. Das ist hier beim Rückbein. Ich schieße ein bisschen rein. Da ist wahrscheinlich schon weg jetzt der andere. Oder ne. Hier 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 bei mir. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Bist du auch bei ihm? Nee. Braucht mehr? Hier geht's schon unter. Also genau wo ich bin ist richtig gut. Naja. Das ist ja ein Loot von dem Schiff, das wir gerade versenkt haben. Aber die haben nicht alles gekriegt hier. Hier wo ich bin ist auch nochmal ein bisschen Loot. Guck mal in die Kanone rein. Ich schieße dich immer da hin. Vorne hoch oder was? Ja. Lass kurz vorne hoch machen. Dreh dich. Komm mal hier in meine Kennen rein geklettert. Oder von hinter uns oder was. Also schaffst du. Shift drücken und links drücken. Halt durch. Ich spring einfach runter. Ja. Einer ist im Wasser. Hinten links. Annotiert. Habe ich. Ist tot. Rude. Warte mal Rude. Hinten links. Boah. Hinten links. Ich hab keine Kugeln mehr. Hinten links. Nein. Er hat mich. Ist im Wasser rechte Seite. mit schmutz weil er nicht auf 4s verzichten will 4s wie easy ersetzt ja 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 mittlerweile, jeder Schuss mit Sonnenlicht. Ja, ich bin so ein Lokalentfahrer. Ja, aber am Anfang echt, da war ich so überfordert mit dem Schießen und alles. Und seitdem hab ich halt nur drauf geschwitzt, äh, Kanonen in den Schießen. Gut. Reicht? Ja. Der auch aber? Das ist wieder hier. Ich muss ja eh nicht sagen. Aber was ist mit der anderen Back da vorne? Keine, ähm. Doch, die hat Amy. Hat sie? Die ist die andere, wo er ist wahrscheinlich. Dann fahr ich der hinterher. Scheiße, du weißt ja. Hier ist reine Kiste oder was. Keine Ahnung. Das ist so lächelig, die sind die ganze Zeit schon hier. Athena und sind immer noch eins, ey. Ich guck mal in die Kanone bei mir rein, ich schieße sie mal dahin oder was. Doe wie meinst du? Ich guck mal vor, ich guck mal. Ich guck mal. Hier ist schon hier. Wir sind hier los. Einen hab ich tot, zwei hab ich tot, ich geh wieder drauf. Maschine. Reicht ne Löcher, oder? Den letzten seh ich, ich glaub ich hab alle gefüllt. Und der hier, der lebt noch. Alle tot. Ja, reicht. Reicht. Was ist das? Oh. Das ist so ein Mick hier. Let's go. Die hat hier vorhin gerade. Ich fahr da jetzt nicht los, ne? Die macht ja jetzt aber lang, oder was? Ja, muss aber drehen. Ab den Winkel mehr. Posten. Die kommt mal an Bord, ne? Hat sich Russisch angehört. Links kommt ein Border gleich hoch. Links. Ja. Ein Hit. Ist down. Mal gucken, ob die wirklich gut sind, oder? Also ich geh vorne dran, dann kommst du hinten dran. Willst du allen jams haben, oder wolltest du untergehen? da ist ein deutscher kommen gehen wir den allianz da kommen wir haben inno scheiße das allein oder was dac lord hallöchen moin moin willkommen im stream ja geh mal jetzt crossness und treten mal bei dann ja komm fahrt zum hideout muss ich ihn da drehen oder was mika hd lass mal folgen da bei dem oder was und 100er bombe droppen vielen lieben dank in vista ja auch noch einen schönen tag schönes wochenende genieß wie heißt du denn noch tisch ich wie kd nene der hauptsache 2s loops 2s loop 2s kelly schiffe neben uns mit doppel ich empfehlen lieben dank für deinen follow herzlich willkommen jose kripa in 60 Vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich Willkommen. Das ist der Boy hier auf dem Schiff. Wäre korrekt, wenn am Ende quasi noch dein Schiff scuttles, dann können wir die Flagge auch noch verkaufen. Ehre. Nee, nee, nee. Wir sind gleich auch hier raus. Der Server ist tot. Aber so ein Server wie das eine Mal, wo du mit vier bei mir warst, ey, das hatte ich auch seitdem nicht einmal mehr. Ja, wie gesagt, das ist halt nicht so oft. Irgendwie sofort aus dem Dämmen mit so vielen Schiffen, die da drum kämpfen. Früher war er echt voll off oder dass ich es neu war. Welcome back, Sandra. Kiercing Problem. Eieiei.